Ich bin Klüso. Ich bin Marc Jung. Wir sind beide aus Erfurt. Wir sind befreundet und beide hier geboren. Das ist Marco Fischer. Fotograf, Künstler. Ich bin Künstler. Ich bin Musiker, Künstler. Was wir gemeinsam haben, ist, dass wir nicht stillstehen können. Wie Viva Con Agua. Genau wie Viva Con Agua. Eine Organisation, die sich für Trinkwasser einsetzt, weltweit. Wir haben beschlossen, wir malen ein Bild. Das wir verkaufen. Und der Erlös geht an Viva Con Agua. Ganz simpel. Aber vielleicht willst du einen Film sport dressed? Und der Erlös ist es sich der Bis zum nächsten Mal.